Und damit herzlich willkommen zu eurer neuen Runde Warface. Ja, kannst du vergessen. Ja, weil ich so schnell nicht drücken konnte, Punkt 1, Punkt 2, mein OBS nicht will. Ja gut, das sagen wir auch schon. Ja, du musst da auch eine Monitoraufnahme starten. Für das Spiel. Irgendwer will mir ein E geben. Ja, sag einfach, wenn es losgeht bei dir. Ja, OBS will immer das erste Festzüder nach dem Aktiven sein. So, jetzt können wir machen. Okay, es geht los, ey. Ich bin tot. Hey, hey, hey. Hallo liebe Freunde. Schön, dass ihr dabei seid. Wir spielen Warface. Wir, das bedeutet, Aesthetic. Hallihallo. Und Bleddick. Kuckuck. Und auf Wunsch eines Zuschauers spielen wir jetzt den Modus Team Deathmatch. Und jo, dann wollen wir mal loslegen, ne? Ich hab einen. Meine erste Runde. Ja. Aber Bleddick, da kommt noch einer an. Ich kann die nicht revisen. Welche Farbe sind wir? Rot? Nein. Blau? Ja. Alles wegwallern. Alles wegwallern, was sich bewegt. Das krieg ich hin. Es sei denn, es ist blau angezeigt. Auf deinem Hut. Woher kommt der? Woher ist denn noch? Was ist das? Ich muss wieder reinkommen. Ich hab schon ewig nicht mehr gespielt. Nein. Ich wollte doch Waffe wechseln. Er hat's nicht so mitspringen. Scharfschützen wäre nicht gerade sinnvoll. Ich hab die Standardwaffe. Ich durfte das Tutorial nicht spielen. Ha, nicht mit mir. Na, doch mit mir. Da steht 03, oder so, ne? Voll, dass keine Mais fällt. Ja, ich muss da echt wieder reinkommen. Aber das ist mir egal. Das ist doch ein Gegner, oder nicht? Ich will da sagen, was du willst. Warum läuft der an mir vorbei? Oh, das kann? Ja, anscheinend. Aber achte, ich bin keine Gefahr für ihn anscheinend. Oh, wie viele Schüsse ich brauch. Mann, ich hab mal kein Zubehör. Ach so, wir sollten ja C drücken. Ja, genau. Ja, ich hab auch nicht. Hat nicht funktioniert, weil ich hab nichts. Ich auch noch nicht. Das war wirklich wieder. Der Digg ist hier. Doppelkill. Ach, ich will immer noch drücken für... Ach Gott. Wo stehen denn die Stats? Für, äh, markieren. Ich hab gerade ja noch Battlefield gezockt. Das ist nicht so gut. Wo ist denn der Respawn-Timer? Ach, da unten steht er. Alles klar. Zweikilz. Yay. Ah, ich komm gar nicht mehr klar. Oh, Messer. So. Ja, weil er mich trifft. Und weißt du, warum ist hier noch einer? Und ich fall um. Habe ich safe. Wie alle umfallen. Wie er mich gekillt hat durch den anderen hindurch. Das wäre echt sensationell. Nein, 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 nein. Ah, da unten. Der Pan-Dragon, es geht mir aber mal um Keks. Unser Platz 1. Ja, genau der. 11, 2. Ja, ist klar. Ich bin auf Level 1 und hat 11, 2. Was, ich bin Level 2? Ne, ich bin Platz 2. Wie steht denn das Level? Ja, Hammer. Ich komm gar nicht mehr klar. Es sei denn, dass wir mittlerweile gespawnt camp werden. Ich hab zwei Schoße und ich bin tot. 100%ig und kassiert ein ganzes... Boah, wie geil. Ich hab eine Ska mit einem fetten Trommelmagazin drunter gefunden. Wer hat an? Wer hat 100%ig an? Nein, nicht. Ich will nicht sterben. Nice. Beste Waffe. Das kann doch nicht sein. Also ich zeig mir Zuschauer, wie man eine Runde spielt, ohne zu gewinnen. Ich mach grad Spawn-Camping bei euch, ne? Verdammt! Ah! Das war eine geile Waffe. Ah, mit der Granate! Hihihi! Ah, da war Atta. Oh, Atta gegen 5, die vor dir sind. Und dann von hinten, ne? Ja, blödig wieder von hinten. Ah, das kennen wir ja. Ja, doch von hinten. Von hinten? Ja, von hinten. Leugner ist nicht. Ich seh dich doch noch. Ich weiß doch, was du magst. Ah, ah, ah. Also ist man gezwungen, als Anfänger im Moment, alle Waffen zu nehmen, die irgendwo rumliegen? Ist das richtig? Ja. Nö, du kannst doch mit den Startwaffen... Ja, aber die ist ja, ne? Nicht so... Schlecht ist er nicht. Fuck off. Fand Dragons. Nicht nochmal. Wie er in dem Moment automatisch hinfällt, ohne in meine Richtung zu gucken, wenn ein Schuss fällt. Das kann nicht normal sein, der Typ. Verziehe ich. Hundertprozentig ist der nicht normal. Wo verziehe ich denn da so scheiße in dem Graber? Na, Riggs ist wirklich die Letzter. Komm zurück. Ich bin die Letzter. Da ist er. Komm zurück. Ab wann kann man Sunny auswählen? Ob er es freigespielt hat. Ja, und wann ist das? Yo, die Grenade. Zwei, was bin ich? Zwei, ne? Ist halt auch unfair. Mit Cheatern kann man sich nicht messen. Harisch. Harim. Was? Harim? Ne, Harisch. Aber irgendwie ist mir das direkt als zweites eingefallen, nachdem ich seinen Namen gelesen habe. Ist das schlecht? Nein, passt schon. Sollte du dich Haschisch liest? Haschisch. Hast du Haschisch in der Tasche? Hast du immer was zur Nasche? Ja. Komm Kumpel! Chida und ich, zusammen. Unschlagbar. Ja, nee, ist klar. Ich treffe einfach nicht mehr. Mein Aiming ist so gut wie das von Inge Meisel oder so. Von wem? Von Inge Meisel. Ach, natürlich, Inge Meisel. Wer kennt es nicht? Die älteren Zuschauer werden es wissen. Die gibt es. Oder Agatha Christie oder keine Ahnung. Such dir da so eine alte Trümmerlotte aus. Boah, alle campen sie irgendwo obendrauf. Ja, ja, genau. Durch meinen Teamkameraden, der vor mir steht, durch. Ach so. Was? Die Schüsse sind geil, die sehen irgendwie so rot aus. Ja, das ist voll erschösser. Ja, so ungefähr. Ja, das ist auch immer eine Folge gewesen, wo ich sage, so macht man es nicht. Muss ja auch mal sein. Wir hätten vielleicht mal so ein, zwei Runden vorher spielen sollen. Quatsch. Wir nehmen einfach meine erste Runde auf. Überhaupt. Ich bin trotzdem erster. Nein, zweiter. Verdammt. Und du Bonus. Ja, stimmt. Ja, steht halt wieder irgendwo obendrauf. Gute Menschen. Was habe ich denn überhaupt? Sieben, vier, zehn, sieben. Wollte gerade sagen, wie sieht es bei Bledig denn aus? Na, immerhin obere Hälfte. Ach, komm schon. Weißt du, ich mache, ich glaube, ich spiele das Spiel in den Sinn und Falsch, dass ich zu viel an TTT denke bei dem Spiel. Immer alleine rumlaufen. Immer rumdetektieren. Na ja. Wer war es wohl? Wer hat den da umgebracht? Hedgehog. Wo ist mein Traitor-Shop? Wo ist mein Traitor-Shop? C, das ist nicht der Traitor-Shop. Oh, geil. Wieder einen mit der Granate weggeholt. Warte. Hey, psst, psst. Psst. Ja. Zusammen, wir laufen zusammen. Du weißt nicht mehr, wo du bist? Nee, ich steh neben dir. Hä? Jetzt echt, du hast dich im Kreis geredet und mich dich gesehen. Nee, nicht wirklich gerade. Moin, moin. Wo ist mein Opfer raus? Mein Kerl, danke. Opfer? Du hast kein Opfer. Doch, es sind schon fünf Leute wirklich gestorben. Krass. Doch, so viele. Ja, ja. Warte, ich muss erst... Oh, jetzt wird die Double Scar. Geil. Nein, im Leben. Skar mit Trommeln. Ach, Mist, die Grammatte. Hinter dir. Ja, hab ich weggemacht. Ja, mach recht zu mir, schon noch einer. Ja, hab ich auch weggemacht. Oh, 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 oh. Aber wir haben gewonnen. Im Nachladen. Wir haben gewonnen? Ja, ja. Noch 20 Sekunden. Wir haben 20 Punkte vor. Und das auch, obwohl er mich im Team hat. Oh, ich hab gerade irgendwie einen Slow-Mo-Mode angehabt, glaube ich. Geetalarm. Ja. Oder meine Frames gehen runter. Ah, zu spät geschossen. Das hätte geschäft hier. Ah, kannst du mich auch wiederbeleben? Sehe ich aus wie ein Dock. Ah, irgendwie nicht. Nein. Das war's. Ach, ich bin aber zufrieden. Ich weiß, dass er nachläuft. 13 oder so. Herr Atta, beenden wir hier, oder? Ja, ja. Alles klar, dann mach mal. Ja, wir wollen dann erstmal die Runde wenden. Wenn ihr noch wünscht habt, welchen Modus wir für euch spielen sollen, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und wir setzen das dann schnellstmöglich um. Ansonsten danken wir für's Zusehen. Habt einen wunderprächtigen Tag. Schaut in die Beschreibung. Deutze den Link zu den anderen und so weiter. Ihr kennt das Prozedere. Und na ja, ciao, ciao. Wiedersehen. Ja. Vielen Dank.